Xavi Simmonds soll sich entschieden haben und wird wohl zu RB Leipzig zurückkehren. Der FC Bayern München geht damit im Offensivpoker um den jungen Spieler leer aus. Desiree Douai-Entscheidung steht kurz bevor und scheinbar wird es der FC Bayern München werden. Und zum Unterletz haben wir den ersten Abgang in diesem Transfersommer, denn Nusayem Masraoui wird den FC Bayern München verlassen. Alle, die das dazu bekommst du in diesem Video, bevor wir starten, gerne einmal den Kanal abonnieren und die Zahl hier oben steigen zu lassen. Und natürlich auch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben auf dieses Video da lassen, um es schon mal zu pushen in den Algorithmus, damit das möglichst viele Aufrufe bekommt. Und ich würde sagen, wir starten direkt noch mit der News und auch wenn es von der Bild-Zeitung kommt, ist das sehr, sehr seriös. Gerade wenn wir sehen, Tobi Altscheffel hatte ich schon im Interview, Chefreporter der Sportbild. Und es heißt Xavi Poker kurz vor Entscheidung. Im Poker um Superstar Xavi Simmonds, 21, geht es in die heiße Phase. Nach Bildinformationen steht eine Entscheidung kurz bevor, wo der Niederländer nächste Saison spielen wird. Der FC Bayern in Form von Sportgeschäftsführer Max Eberl und RB Leipzig sogar in Form von Aufsichtsratsboss Oliver Minzlaff hatten sich zuletzt extrem um den Superdribbler bemüht. Auch England-Klub Man United war an ihm dran. Bis 2027 ist Xavi Simmonds noch an PSG gebunden, darf den Klub aber per Laie verlassen. Und hier heißt es, fast sicher, Leipzig gewinnt den Kampf um Xavi. Der Nationalspieler bleibt für eine weitere Saison beim Bundesligisten. Und das ist es also. Es gab auch jetzt mehr oder weniger eine lange Transfer-Historie in Geschichte zu diesem Transfer. Ich habe viele, viele, viele verschiedene Videos gemacht, wenn wir uns das mal angucken. Gestern hieß es, habe ich auch schon, dass Xavi Simmonds zu Erbe Leipzig tendiert. Dann gab es hier, dass Konkurrenz abgegangen ist, die mysteriöse Instagram-Story Bayern mit dem angeblich sehr hohen Gebot für Xavi Simmonds. Dann das Dani Olmo-Ding, falls man Simmonds eben nicht verpflichten könnte. Und auch hier schon Wunschspieler Xavi Simmonds schon vor über drei Wochen das berichtet. Also da gab es viele News, sogar hier schon vor über einem Monat Xavi Simmonds als Transferziel. Sogar hier schon, das war ja noch quasi direkt nach dem Ende der Saison. Also Xavi Simmonds war sehr, sehr lange, über einen Monat immer ein heißes Thema beim FC Bayern München. Jetzt soll es wohl heißen, dass er sich für RB Leipzig entschieden hat. Soll wohl danach aussehen momentan, dass er erneut ausgeliehen wird. Er war ja schon in der letzten Saison ausgeliehen vom französischen Hauptstadtclub. Und dieser Laie soll mal mindestens bis zum Winter gehen. Denn bei einem Verkauf in diesem Sommer würde eben PSV noch eine, aufgrund dieser komplexen Vertragsstruktur, noch eine gewisse Weiterverkaufsbeteiligung bekommen. Dementsprechend wollte PSG ihn ja nicht in diesem Sommer verkaufen. Und RB Leipzig ist gewillt, ihn nochmal auszuleihen. Bayern war ja sehr darauf fokussiert, eine Kaufflicht in diesem Vertrag mit einzuarbeiten. Nicht nur eine Kaufoption. Das heißt nämlich, dass man ihn potenziell kaufen kann, sondern eine Kaufflicht. Dass man jetzt eine Ablösesumme vereinbart, die man auf 90 Millionen legt. Und wenn Xavi Simmels dann nächste Saison super ausbricht, und auf einmal sein Markt wieder auf 130 Millionen steigert, dass man dann trotzdem nur, in Anführungszeichen, 90 Millionen für ihn zahlen müsste. Das passiert jetzt aber nicht, denn er wird zurück zu RB Leipzig kommen scheinbar. Der Niederländer, der in seiner Karriere immer wieder gute Entscheidungen getroffen hat, soll sich klar für RB Leipzig ausgesprochen haben. Wichtigster Grund, RB kann ihm einen Stammplatz garantieren. Das hatte für ihn oberste Priorität. Letzte Saison machte Xavi Simmels 43 Spiele für Leipzig. 10 Tore, 15 Assists. Und das ist das Ding beim FC Bayern München. Wäre das eben nicht sicher. Denn wir haben natürlich Germain Mousiela, der sollte gesetzt sein. Wir haben Oli See, der jetzt gesetzt sein sollte und auf der linken Seite, denke ich mir, wird dann einen Sané spielen. Oder natürlich einen Coman, Gnabry. Die haben den Verein noch nicht verlassen. Wir haben einen Nestro Irankunda, der verdammt gut aufgespielt hat beim Testspiel gegen Rottach-Egan. Wir haben Matisse Tell, der über den Flügel kommen kann. Wir haben Brian Zaragoza. Wir haben da viele, viele Optionen. Wir haben natürlich auch noch einen Thomas Müller, der in dieser Offensive mitwischt. Und nicht zu vergessen natürlich Harry Kane vorne drin im Sturm. Also sehr, sehr viele Offensivspieler. Und da kann man Xavi Simmels, so gut der Mann auch ist, kann man ihm keinen Stammplatz garantieren an dieser Stelle. Das ist tatsächlich eine richtige Entscheidung. Bevor man ihm da dann quasi was verspricht, ein Versprechen gibt, was man nicht einhalten kann, ist es deutlich sinnvoller dann doch, dass er zu einem anderen Verein geht. Zu RB Leipzig in diesem Falle. Wenn es nur eine Laie ist, die genauen Details, Thema, was es da mit einer vielleicht Kaufoption, Kaufpflicht geben wird, werden sicherlich in den nächsten Tagen auch ans Licht kommen. Da bin ich sehr gespannt. Da werde ich euch auf dem Laufen halten. Denn das hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf, ob der FC Bayern die Potenzial dann im nächsten Sommer verpflichten könnte. Und passend dazu hat auch Fabrizio Romano seinen angehefteten Tweet geändert. Denn er hat einen Tweet von vor zwei Tagen angepinnt. Und zwar, understand, also laut seinen Informationen, ist RB Leipzig now confident to get green light for Xavi Simmels? Also dass RB Leipzig sich sehr sichert, das grüne Licht für Xavi Simmels zu bekommen. Das Transfer-Battle ist immer noch, ja mit dem FC Bayern läuft immer noch. Aber Leipzig-CEO Minzlaff direkt in den Gesprächen, Xavi Simmels zurückzubringen. Paris Saint-Germain möchte ihn nicht verkaufen. Sie möchten ihn verleihen. Leipzig hope to get it done. Leipzig hofft, dass sie es eben abschließen können. Und diese Information ist angepinnt. Dementsprechend da wohl diese Information von der Bild auch von Fabrizio Romano noch einmal doppelt bestätigt. Sehr, sehr schade. Ich hätte mich sehr gefreut auf Xavi Simmels. Vielleicht muss man jetzt ein Jahr warten. Ich habe euch in dem Video gestern auch schon berichtet und im Stream auch gesagt, wenn man Xavi Simmels jetzt nicht verpflichtet, könnte man ihn potenziell im nächsten Sommer verpflichten. Und auch wenn es einige nicht hören wollen, aber im nächsten Sommer sollte das Nummer 1 ziehen vom FC Bayern München. Ein gewisser Florian Wirz sein. Florian Wirz, Marktwert, 130 Millionen Euro. Super Jahr bei Leverkusen gespielt. Sehr stark bei der EM gewesen. Double geholt mit Bayern. 5 von 5 möglichen Spielen bei der EM gespielt. 3 von 5, glaube ich, in der Startelf gewesen. Ein bisschen mehr als die Hälfte aller Minuten gemacht. Zwei Tore, eine Torvorlage. Das erste Tor dieser EM geschossen. Marktwert krass gesteigert. Das war nach dem Ende der letzten Saison 85 Millionen und das ganze Ding auf 130 gepusht. Vertrag läuft noch bis 2027 in Leverkusen. Dementsprechend hätte er nach der Saison noch zwei Jahre Restvertrag, sofern er nicht noch vorzeitig verlängern würde. Aber er hat seinen Vertrag, ja gut, vor zwei Jahren seinen Vertrag verlängert. Da kommt es dann darauf an, ob er zum FC Bayern wechseln würde. Das aber nur einmal ganz kurz an der Stelle angeschnitten. Daraus heißt es also, Xavi Simmels zum FC Bayern München wird scheinbar wohl eher nicht passieren. Wann habe ich euch vor ein paar Tagen und vor einigen Videos schon mehrfach berichtet, dass es wohl eine Entscheidung geben soll? Entweder Xavi Simmels oder Desiree Duet. Xavi Simmels wird wohl nicht kommen. Das macht den Weg frei für Desiree Duet, der wie Florian Plettenberg vor ungefähr einer Stunde berichtet hat. Desiree Duet, wie immer, sehr daran interessiert, zum FC Bayern zu wechseln. Und er ist es immer noch. Eine endgültige Entscheidung gibt es aber noch nicht. Noch einmal bestätigt, Bayern erwägt die nächsten Schritte, nachdem das neue Angebot von PSG eingerufen ist. Offenes Rennen. Also, Desiree Duet sollte den FC Bayern München bevorzugen vor Paris Saint-Germain. Denn er ist einfach, ja, hat mehr Lust beim FC Bayern zu spielen. Er möchte eher beim FC Bayern spielen als bei Paris Saint-Germain. PSG hat allerdings mit ihrem letzten Angebot an Starren, das finanzielle Angebot, was Starren haben möchte, gematcht. Das passt also. Von daher heißt es auch, da weiterhin spekulieren, was wird passieren. Geht es um das Angebot? Muss Bayern nochmal aufstocken? Wird das Angebot angenommen, was etwas niedriger ist? Damit der Spieler seinen Wunsch bekommt, das ist sehr, sehr schwierig. Und auch diese Information wurde von Fabrizio Romano nochmal bestätigt. Desiree Duet has not decided his next club yet and has not informed about any decisions as of this afternoon. Also, Desiree hat sich noch nicht entschieden, noch nicht entschieden, was sein nächster Verein sein wird. Und hat den Klub auch noch über keine Informationen informiert. So wie es hier vom Nachmittag des 25. Juli, auch das vor ungefähr einer Stunde gewesen, informiert. Paris Saint-Germain und Bayern remain in the race with their proposals on the table. Bayern und PSG sind weiterhin im Rennen mit ihren Angeboten auf dem Tisch bei Starrennen. Und dann die letzte Nachricht noch. No decision expected today. Auch da werde ich euch weiterhin auf dem Laufenden halten. Wir haben ja im Stream am Mittwoch auch die französische Olympiamannschaft geguckt gegen die USA. Ein sehr enttäuschendes Spiel. Aber auf dem Papier im Endeffekt bleiben ein Tor, ein Scorer von Michael Olysee. Auch wenn die Vorlage, ein Tor, eine Vorlage, zwei Scorer. Auch wenn die Vorlage im Endeffekt quasi nichts großartig für dieses Tor beigetragen hat. Es war wirklich nur ein Pass. Und dann hat den Restler Kassett gemacht. Ein sehr schönes Tor, auch wenn der Ball abgefälscht war. Sehr, sehr schöne Reaktion. Habe ich auch schon hier auf meinem Kanal hochgeladen. Checkt es gerne einmal ab. Desiree Duet, da nur eingewechselt worden. Und irgendwie in der 80. und 81. Minute, also sehr spät erst, auf den Platz gekommen. Aber er wird den FC Bayern München dann vielleicht in nächster Zeit dem FC Bayern München beitreten. Ich bin sehr gespannt, wie es da passiert. Auch da halte ich euch auf dem Laufenden. Von daher sehr, sehr gerne mal den Kanal hier oben abonnieren. Das würde mich riesig freuen, wenn ihr das einmal machen könntet, um den Zugriff nicht dazu zu verpassen. Und dann gibt es noch die News zum Abgang. Denn es ist jetzt soweit. Nussi Masraoui wird den FC Bayern München nach zwei Jahren verlassen. FC Bayern und West Ham have reached an agreement to sign Nussi Masraoui. Der FC Bayern München und West Ham United haben ein Agreement, eine Einigung gefunden, um Nussi Masraoui zu verpflichten. Die Ablösesumme sollen 15,5 Millionen Euro sein, plus 4 Millionen Euro in Add-ons, also in Bonuszahlungen. Damit kommt der FC Bayern München dann im Endeffeld auf die ungefähr, auf diese geforderten 20 Millionen Euro, die man sehr, sehr gerne haben möchte. There is also a verbal agreement in principle between West Ham and Masraoui. Also es gibt auch die mündliche Einigung zwischen Masraoui und West Ham. In trockenen Tüchern ist der Deal allerdings noch nicht, da noch wichtige finanzielle Details geklärt werden müssen. Alle Beteiligten arbeiten derzeit daran. Manchester United ist immer noch dabei, aber West Ham liegt jetzt an der Spitze, die Information von Florian Plettenberg. Also es sieht wohl so aus, als ob uns der Marokkaner nach zwei Jahren verlassen wird für 15,5 Millionen Euro Ablösesumme, plus eben Bonuszahlungen, die dann auf knapp 20 Millionen Euro gehen. Die Information habe ich übrigens auch schon eben von Christian Falk bestätigt gesehen. Der hat das gleiche vermeldet, dass es die Einigung zwischen den Vereinen gibt, dass es die Einigung zwischen Spielerseite Nussi Masraoui und West Ham gibt und auch die finanziellen Details um die 15 Millionen Euro Ablöse, dass es insgesamt das Gesamtpaket auf bis zu 20 Millionen Euro steigern kann. Also die Information ist confirmed. Das wird jetzt in den nächsten Tagen dann eben noch einmal ja durchgeklärt. Die letzten Details werden da abgesprochen. Und dann heißt es wohl bald auf Wiedersehen an Nussi Masraoui, der 2020 ablösefrei zum FC Bayern München gekommen ist. Damals von Ajax Amsterdam hatte mal wichtigere, mal unwichtigere Rollen. Bayern in seiner Zeit beim FC Bayern München hat zwischendurch auch Verletzungspech gehabt. Dann mit dem Afrika Cup zwischenzeitlich auch weg gewesen. Hat in diesen zwei Jahren in Anführungszeichen nur 55 Einsätze für den FC Bayern gemacht. Ein Tor und acht Torvorlagen. Ich weiß nicht mehr, ob das Tor, wahrscheinlich wird das nicht das Tor sein, was er gegen Rottach Egan geschossen hat. 3.500 Minuten, sechs gelbe Karten gesammelt, 15 Mal eingewechselt, 18 Mal ausgewechselt. Nussi Masraoui, man hatte sich auch da erhofft, dass er den Verein noch weiter pushen kann, dass er vielleicht die nächste sichere Antwort auf der Rechtsverteidigerposition ist. Jetzt verlässt er den Verein, auch wenn sein Vertrag noch zwei Jahre laufen würde, bis 2026 für etwa 15 bis 20 Millionen Euro. Ich bin gespannt. Ich denke, es ist ein kluger Verkauf. Man muss Geld in die Kasse bringen. Palinia war teuer, Ito war teuer, Oli See war teuer. Desiree Due wird nicht billig, das ist ganz sicher. Und von daher muss man den Mann verkaufen. Viel, viel Erfolg an Nussi Masraoui auf seinem weiteren Weg bei West Ham. Ich glaube, ein kluger Schritt, ein sicherer Schritt, da sollte er der gesetzte Rechtsverteidiger sein. In unserem Kader gibt es da jetzt ja viele Spieler, die auf dieser Position spielen können. Den Kimmich, den Stunisic, den Sascha Bowie. Das sind natürlich die drei heißesten Kandidaten für die Position. Von daher viel, viel Erfolg weiterhin an Nussi Masraoui auf seinem weiteren Weg. Auf deinem weiteren Weg bei West Ham United. Ganz viel Erfolg, Leute. Checkt auch gerne mein Video von gestern ab, um alle Bayern News zu erfahren. Und abonniert den Kanal. Schreibt eure Meinung dazu, allen Themen in die Kommentare. Haut rein. Ciao, ciao.